Müssen wir Angst vor Gott haben? Sprüche 15, 33 Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt, und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Warum ist es für uns Menschen so wichtig, demütig und gottesfürchtig zu sein? Man kann relativ einfach antworten und nüchtern feststellen, dass eine hochmütige und selbstgefällige Einstellung einen Menschen vor dem allmächtigen Gott letztlich immer zu Fall bringen wird und bringen muss. Sprüche 16, 18 Die Erfahrung lehrt es, dass Hochmut tatsächlich stets vor dem Fall kommt. Stolz ist in der Tat eine ganz üble Sache und auch wohl das größte unüberwindbare Hindernis in der Beziehung zu unserem Schöpfer. Wer stolz ist, wird die Gnade Gottes nicht sehen und annehmen können und wollen. Gott wird jeden, der sich selbst erhöht, erniedrigen. Lukas 18, 14 Und auch das ist letztlich nur Gnade. Ein stolzes, also hochmütiges Herz ist dem Herrn ein Gräuel. Auf Deutsch, es widert ihn regelrecht an. Hochmut gab es auch im Himmel, denn im Herzen des ehemals schönen Morgensterns des Teufels machte sich Neid, Stolz und Arroganz breit. Und das, obwohl der Teufel ja kein Mensch, sondern ein Engelwesen in hoher Position war. Jesaja 14, 12-14 Er hatte schon viel Ruhm, viel Ehre und Macht und dazu sicherlich noch viele Privilegien, die nicht alle Engel hatten. Dennoch war er voller Bosheit und Zerstörungswut und konnte es nicht ertragen, Gott untergeordnet zu sein. Sein Wille war es, Gottes Platz einzunehmen. Das Verrückte daran ist, dass sich kein Lebewesen über Gott erheben kann, denn sonst wäre Gott ja nicht Gott. 2. Samuel 7, 22 Es kann nicht einen allmächtigen Gott geben, wenn er Platz für einen anderen Gott oder einen Teil seiner Schöpfung machen könnte. Gleichermaßen könnte man vom höchsten Berg der Erde, das ist der Mount Everest, nicht verlangen, gefälligst nicht, der höchste Berg der Erde zu sein. Das geht einfach nicht und macht auch keinen Sinn. Man kann auch nicht sagen, Gott hat sich entschieden, der Höchste zu sein. Er kann sich nicht größer machen, weil er bereits das A und O in allem ist. Offenbarung 1, 8 Er ist, wer er ist, bis in alle Ewigkeit. 2. Mose 3, 14 Was der Herr aller Herren aber nun kann und wollte, ist, sich tatsächlich zu erniedrigen und ein Mensch zu werden. Philippa 2, 7 Und das müssen wir uns einmal vorstellen. Der gleiche, ewige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der den Teufel aus dem Himmel geworfen hat, macht sich klein, begrenzt, verletzlich und sterblich. Er lässt sich von den erschaffenen Menschen grausam am Kreuz unschuldig hinrichten, um sich mit sich selbst um der Menschen willen zu versöhnen. Zur Vergebung ihrer Sünden. 2. Korinther 5, 19 Wenn Gott nun aus Liebe und Mitleid dazu bereit war, wie könnten wir dann auch nur im Entferntesten daran denken, Gott den Respekt und die dankbare, gläubige Anerkennung zu verweigern? Wie könnten wir das Evangelium ablehnen? Kannst du? Ich glaube kaum, dass jemand, der tatsächlich seinen absolut erlösungsbedürftigen Zustand erkennt, durch Gottes Geist und von Herzen an Gottes Gnade und Vergebung und Erlösung durch Jesu Tod und Auferstehung glaubt und das angenommen hat, die Neugeburt erfahren durfte, dass der an eine billige Gnade glaubt. Ganz im Gegenteil. Aber er ist frei in Jesus. Johannes 8, 32 Und versteht tatsächlich, was das bedeutet für jetzt und für alle Ewigkeit. So jemand muss sich nicht in den Himmel zittern oder Angst haben, auf halber Strecke verloren zu gehen. Eben weil er zu viele Mängel und Schwächen hat oder sein Glaube nicht stark genug ist, um das Ziel letztlich zu erreichen. In der Bibel steht das so nicht. Im Gegenteil. Jesus ist der Anfänger, aber eben auch der Vollender des Glaubens. Er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es auch zu seinem Ziel bringen. Hebräer 12, 2 Gott hat im Evangelium von Jesus Christus keine halben Sachen gemacht. Nun steht in Philippa 2, 12 Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also doch Seligkeit durch Angst und Befürchtungen? Nein. In der neuen evangelistischen Übersetzung steht, anstatt Furcht und Zittern, die Worte Ehrfurcht und Sorgfalt. Und genau das ist damit gemeint. Ehrfurcht und Sorgfalt. Wir schätzen unsere Taten als Christen nicht selten falsch ein. Vor allem, wenn wir uns am Gesetz orientieren und übersehen, wie es wirklich um uns vor Gott steht. Nämlich überhaupt nicht gut und in keinster Weise zufriedenstellend oder annehmbar. Und wenn wir das doch meinen, dann täuschen wir uns gewaltig und respektieren in so einem Moment auch Gott nicht, weil er gewiss nicht in Jesus Christus ans Kreuz gegangen wäre, wenn es möglich wäre, durch das Gesetz vor Gott gerecht und selig zu werden. Und dies weder vor unserer Bekehrung und auch nicht danach. Das Heil auf diese Weise klein zu machen, bewirkt keinen Segen, sondern Fluch. Durch Gebote und Regeln kommt niemand in den Himmel. Und so zu denken und das für möglich zu halten, diesen inneren Regungen nachzugeben, davor sollten wir richtig Furcht haben und davor zittern. Uns in diese Gedankenwelt, in diese Vorstellung irgendwie hineinzudenken und meinen, das wäre der richtige Weg. Davor sollten wir Angst haben, davor sollten wir zittern, in dieser Einstellung Gott begegnen zu wollen. Dann haben wir wirklich Grund, uns zu fürchten. Aber wenn wir einsehen, dass wir Gnade und Erlösung durch Gottes Hand ohne Werke haben dürfen und in Jesus Christus finden dürfen und das in aller Demut und Freude und Dankbarkeit annehmen, dann haben wir keinen Grund, uns zu fürchten und zu zittern. Ganz im Gegenteil. In Galater 3, Verse 11 bis 13 steht, Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde, um unsere Willen. Es gibt keinen Gnadenvertrag mit kleingedruckten Bedingungen, die uns am Ende das Genick brechen, weil wir sie nicht erfüllen konnten oder einfach übersehen haben. Da steht ja noch was. Wie konnten wir das übersehen? Nein, das wird nicht passieren. In Römer 8, Verse 14 bis 17 schreibt der Apostel Paulus Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Gottes Kinder. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und wem viel vergeben wurde und für wen zählt das nicht, der liebt auch viel. Lukas 7, 47 Und so jemand wird sich auch nicht eine Einstellung hingeben, die sagt, Nach mir die Sinnflut oder Hauptsache ich bin erlöst, alles andere ist mir egal. Gottes Geist wird jedem Erlösten auch zeigen, was er tun soll und kann und wie er sein Leben zur Ehre Gottes führen sollte, auch gerade dann, wenn er Fehler macht oder den Geist betrüben sollte oder wenn es ihm vielleicht doch an Gottesfurcht mangeln sollte. Der sollte sich daran erinnern, was Gott für ihn am Kreuz von Golgatha ganz persönlich getan hat. Der klimmende Docht wird nie verlöschen. Matthäus 12, 20 Wir können also als wiedergeborene Christen nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Glaube ist Gnade und Gnade ist Gottes Werk. Als Christen werden wir aus Liebe und Sorge Gottes zu manchem Druck ausgesetzt, indem wir einfach in dieser verdorbenen und dämonisierten Welt in einem zur Sünde neigenden Körper leben. Das spüren und merken wir jeden Tag. Der eine mehr, der andere weniger. Wir müssen aber manchmal auch tatsächlich wieder aufgerüttelt werden, wenn wir in Gefahr stehen, lässig, respektlos oder oberflächlich und gleichgültig zu werden. Gottes Furcht hilft uns, in rechter Weise an Gott zu denken. Hochmut und Stolz können nicht nur schlechte Eigenschaften ungläubiger Menschen sein. Manchmal verhalten sich auch Christen so. In Offenbarung, Kapitel 3, Verse 17 bis 19 steht im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodizea, wie blind und selbstgefällig man auch als Christ mitunter daherkommen kann. Da heißt es, Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass Du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate Dir, dass Du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit Du reich werdest und weiße Kleider, damit Du sie anziehst und die Schande Deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe Deine Augen zu salben, damit Du sehen mögest. Wenn wir unsere große Bedürftigkeit nach Erlösung, Vergebung und Gnade einsehen und wahrnehmen und uns nicht selbst belügen, sondern unsere absolute Verlorenheit und Unfähigkeit, dies zu ändern, einsehen und verstehen, dann werden wir ganz sicher keinen Mangel an Gottesfurcht und Respekt vor Gott haben. Ansonsten schon. Durch manches Unglück hat so mancher Mensch zu Gott gefunden und Demut gelernt. Gott meint es gut mit uns, mit Dir. Gehen wir auch als Glaubensgeschwister unbedingt in Demut, Respekt, Hilfsbereitschaft und Vergebung miteinander um. Gott hat das nämlich zum Gratmesser gemacht für unser Verhalten zu ihm. Entsprechend lesen wir in Matthäus 25, Verse 24 bis 30. Denn ich bin hungrig gewesen und Ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und Ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und Ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und Ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und Ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und Ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben Dir zu trinken gegeben? Wann haben wir Dich als Fremden gesehen und haben Dich aufgenommen? Oder nackt und haben Dich gekleidet? Wann haben wir Dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu Dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage Euch, was Ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt Ihr mir getan. Wie sehr bist Du Gott dankbar? In dieser Frage, wenn wir sie beantworten, können wir dann auch feststellen, wie meine Gottesfurcht ist, wie es um mich selber gestellt ist, welche Einstellung, welche Wahrnehmung ich von mir selber habe und von Gott. Und dann verstehen wir auch, was es bedeutet, Gottesfurcht zu haben, nämlich Respekt, Dankbarkeit, Demut, Glaube, Hoffnung, Zuversicht und Liebe. Charles Hattens-Burgeon sagte einmal, Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Gott segne Euch. Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!